Stoizismus war eine auf persönlicher Disziplin beruhende Philosophie der Freiheit. Stoiker zu sein bedeutete, innerlich so unabhängig wie möglich zu werden, von den eigenen Affekten, die man beherrschen wollte, statt sich von ihnen beherrschen zu lassen, von den Mitmenschen, für die man weder Herr noch Diener sein wollte, von dem, was die Gesellschaft für erstrebenswert hielt, und vom Staat. Stoiker pflegten, kultivierten ihre innere Unabhängigkeit und oft auch die äußere Unabhängigkeit, die bis zur Selbstgenügsamkeit gehen konnte. Stoiker zu sein bedeutete, im praktischen Leben das größtmögliche Maß an persönlicher Freiheit zu verwirklichen. Hierfür jedoch war eine Schulung der Disziplin notwendig. Die unterschiedlichsten Persönlichkeiten der Philosophiegeschichte rechnen sich der Schule der Stoar zu. Sklaven wie Epiktet, Politiker wie Cicero, Kaiser wie Marc Aurel. Der Grundgedanke der stoischen Lebensphilosophie war, jede Position im Leben, jeder Platz in dieser Gesellschaft verlangt den ganzen Menschen. Und mit der auf persönlicher Disziplin beruhenden Freiheit kann man aus jedem Platz, an denen das Schicksal einstellt, das zur Zeit einer vertikal nichtdurchlässigen Gesellschaft noch sehr viel unerbittlicher war, das Optimum verwirklichen. Unabhängig werden von den Glücksumständen war das Glück der Stoiker. Was jedoch bedeutet Stoizismus in dieser allgemeinen Auffassung für alle Menschen gültig, insbesondere für die Männer. Lassen Sie mich erklären, was die sieben stoischen Grundregeln für den Mann bedanken. Stoische Grundregel Nummer 1. Memento mori. Bedenke, dass du sterblich bist. Während der Tod eine Seinsgewissheit ist, die für Männer wie für Frauen gleichermaßen gilt, gibt es doch Unterschiede beim Todeszeitpunkt und der Todesart. Männer leben in westlichen Industrienationen derzeit durchschnittlich 78 Jahre, Frauen 83 Jahre. Das sind fünf Jahre Unterschied. Die häufigsten Todesarten für Männer sind Verkehrsunfälle, Herzinfarkte und der Tod von eigener Hand der Freitur, der Suizid. Was bedeutet es für Sie als Mann, das stoische Motto Memento mori zu verinnerlichen? Zum einen, geben Sie den Jahren mehr Leben. Wenn Sie dem Leben nicht mehr Jahre geben können, leben Sie intensiver. Was ist eigentlich Ihre Definition von intensivem Leben? Das muss nicht mit der gesellschaftlichen Version übereinstimmen. Intensiv zu leben kann für Sie ein Schlüssel zum selbstbestimmten Glück sein. Ferner, die Todesarten. Viele Todesarten haben mit Beschleunigung zu tun, mit unserem postmodernen Lebensstil, der immer mit einer Getriebenheit verbunden ist. Versuchen Sie zu entschleunigen. Das ist doch ein philosophisches Motto. Entschleunigung beginnt im Kopf. Versuchen Sie herauszufinden, was Sie eigentlich antreibt, in einer ungesunden Weise. Manchmal steht hinter Stress und Hektik und der sehr männlichen Empfindung der Ungeduld eine gewisse Angst. Vielleicht die Angst, nicht anerkannt zu werden, nicht mithalten zu können, nicht liebenswert zu sein, nicht den Respekt von einer Bezugsperson zu verdienen. Zuletzt der Freitod. Jeder Mensch will glücklich sein, sogar noch der, der hingeht und sich aufhängt. Was ist Ihr Glück? Leben Sie Ihr Glück. Nehmen Sie sich das Leben, wie es so schön im deutschen Doppelsinn heißt. Ergreifen Sie das Leben, nicht suizidieren Sie sich. Regel Nummer zwei. Noskelti Ipsum. Erkenne dich selbst. Selbsterkenntnis ist bereits ein mystisches Motto. war ein großes Thema in allen mystischen Geheimgesellschaften und natürlich auch in der Unterströmung, die der antiken Philosophie unterlag, nämlich den Mysterienschulungen, den Schulen von Eloysis und Samothrake. Erkenne dich selbst als Einsicht in den Mikrokosmos Mensch, verbunden mit dem Makrokosmos-Universum, ist jedoch auch in heutiger Zeit ein sehr profanes Projekt. Männer identifizieren sich durchschnittlich häufiger mit ihrem beruflichen Status, mit ihrem Vermögen, mit ihrem Geld, mit ihrem sogenannten Netverse. Hier gibt es jedoch ein Problem für Sie als Mann, denn wenn Sie sich mit Ihrer Funktionalität gleichsam identifizieren, lassen Sie sich auch sehr schnell instrumentalisieren. Wo ist für Sie die Grenze zwischen Funktionieren und vielleicht sogar hochfunktional sein und instrumentalisiert und benutzt zu werden? Man kann in unserer heutigen schwierigen Gesellschaft mit einer sehr inhumanen Arbeitskultur auf hohem Niveau missbraucht werden. Selbstbestimmung heißt auch, diese Gefahr zu erkennen. Erkenne dich selbst, Noske T-Ipsum. Das bedeutet, in der postmodernen Zeit auch zu verstehen, inwiefern man funktionalisiert und instrumentalisiert wird und wie man sich effektiv dagegen wehren könnte. Dritte Regel der Stoa T-Ipsum Kontinens Beherrsche dich selbst, übe dich in Selbstbeherrschung. Wenn Sie glauben, dass Sie bereits Selbstbeherrschung praktizieren, dass Sie Ihre Gefühle im Griff haben, dann gibt es eine kleine Schwierigkeit. Die meisten Männer haben in unserer Kultur aufgrund der gesellschaftlichen Konditionierung Schwierigkeiten, sich überhaupt mit ihren Gefühlen zu identifizieren. Und das Nicht-Identifizieren mit ihren Gefühlen halten Sie mitunter für Selbstbeherrschung. Doch es ist keine Selbstbeherrschung. Das einzige Gefühl, das Männern in unseren Gesellschaften zugestanden wird, auch in der öffentlichen Darstellung zugestanden wird, ist Wut. Sie dürfen als Mann ihren Ärger ausdrücken. Aber was ist mit den anderen negativen Emotionen? Dürfen Sie Ihre Trauer ausdrücken und Ihre Angst? Trauer und Angst sind da, ob wenn Sie sie nicht ausleben. Es kann sein, dass diese Gefühle, wenn sie für Sie unvertraut sind, und wenn insbesondere der Ausdruck für Sie unvertraut ist, sie übermannen. Und dann geschieht das Gegenteil dessen, was für die Stoiker als Selbstbeherrschung auch ein Schlüssel zur Selbstbestimmung war. Sie sind nämlich nicht mehr Meister Ihrer Emotionen, sondern Sie werden Diener Ihrer Emotionen. Sie werden von Ihnen beherrscht. Machen Sie sich auch mit den negativen Emotionen vertraut, die da sind und die für einen Mann oftmals mit Sanktionen umstellt sind. Man hat keine Angst. Man fühlt sich nicht traurig. Aber doch, Sie fühlen sich traurig. Sie haben mitunter auch Angst, weil Sie ein Mensch sind. Leben Sie diese Gefühle für sich. Nehmen Sie sie wahr. Der erste Schritt ist zu sagen, ja, ich habe jetzt Angst. Ja, ich fühle mich jetzt unsicher. Ja, die Trennung, die Kündigung, die Problematik mit meinem Vater, das hat mich traurig gemacht. Vertraut zu sein mit seinen eigenen negativen Emotionen, sie schrittweise zuzulassen, zunächst im eigenen Bewusstsein, ist ein Schritt zur Meisterschaft. Selbstbeherrschung erlangen Sie nicht durch Unterdrückung Ihrer negativen und insbesondere auch gesellschaftlich mit Ihrer männlichen Rolle nicht identifizierten Emotionen, sondern indem Sie sie anerkennen. Vierte stoische Regel. Inities Obster wäre den Anfängen. Die mögliche Entwicklung eines Anfangs vorauszusehen, gehört vielleicht zu Ihrem Beruf. In vielen Berufen ist eine gewisse Fähigkeit zu antizipieren Standard. Doch es gibt eine soziale Komponente davon. Inities Obster wäre den Anfängen. Bedeutet auch, dass Sie lernen sollten, wann Ihr Altruismus ausgenutzt wird. Als Mann lösen Sie gerne Probleme. Sie sind gerne wichtig in einer Gesellschaft, in einer Gemeinschaft, in einer Struktur. Vielleicht halten Sie sich für systemerhaltend und glauben, dass die Firma, das Unternehmen, das System ohne sie nicht funktioniert. Und möglicherweise haben Sie sogar recht. Doch es gibt hier eine Schwierigkeit, die sich dadurch auszeichnet, dass Sie sehr leicht instrumentalisiert werden können, wenn Menschen, bei denen die Beziehung nicht reziprok ist, also nicht wechselseitig, nichts zurückkommt, einfach ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeit und ihre Bereitwilligkeit zum Problemlösen ausnuchsen. Auch Männer können ausgenutzt und missbraucht werden. Halten Sie sich nicht für über diese Falle erhaben, nur weil Sie hochqualifiziert sind. Inities Obster wäre den Anfängen. Bedeutet für Sie, ein feines Gespür zu entwickeln, wann jemand Sie ausbeuten will. Und wenn jemand wirklich Ihren Rat und Ihre Hilfe benötigt und auch bereit ist, Ihnen materiell oder immateriell dafür etwas zurückzugeben. Fünfter Stoischer Grundsatz. Nil Mirari, wundere dich nicht. Im Gegensatz zu der sokratischen Auffassung vom Staunen, vom Taumat sehen als der Bedingung des Philosophierens, haben die Stoiker eine andere Perspektive eingebracht. Für die Stoiker ist Nil Mirari, wundere dich nicht, ein Ausdruck der Gelassenheit. Und Gelassenheit, wiederum als Seelenruhe, Ataraxia, sollte der Zielzustand des Stoikers sein. Sich nicht zu wundern bedeutet auch, sich nicht zu allem verhalten zu müssen. Wenn Sie sich nicht zu allem verhalten, nicht jedem Ereignis, nicht jedem Person, nicht jeder Begegnung Ihre Reaktion schenken, so haben Sie um sich das Flair eines Souveräns. Möchten Sie das nicht haben? Nil Mirari, wundern Sie sich nicht. Sechste historische Regel AXIPE-Mutationen Nimm den Wandel hin Diese Regel bedeutet, dass es Umstände gibt in unserem Leben, die wir kontrollieren können und wiederum andere Umstände, die wir nicht kontrollieren können. Möglicherweise verspüren Sie als Mann einen sehr starken Impetus, die Dinge zu steuern und nach Ihrem Willen zu lenken. Möglicherweise ist der Wille zur Macht, wie Nietzsche sagt, bei Ihnen immer wieder aktiv. Und das kann eine sehr gute Sache sein. Doch das stoische Motto AXIPE-Mutationen Nimm die Veränderung an, bedeutet, dass Sie auch hier einen Gang zurückschalten können. Sie können und Sie müssen nicht alles steuern. Versuchen Sie, sich im Unterscheidungsvermögen zu üben. Was können Sie tatsächlich beeinflussen? Was entzieht sich Ihrer Kontrolle? Und hierzu kommt dann das siebte stoische Motto. Amor fati. Amor fati heißt, dass es im Leben immer einen unaufgelösten Rest gibt, wie Freud sagte. Das, was nicht mehr erklärt, was auch nicht mehr verstanden werden kann. Vielleicht den Fehler im System, der keinen Sinn macht. Eine Situation, die nicht aufgegangen ist. Eine unbezahlte Rechnung. Amor fati. Liebe dein Leben. Liebe dein Schicksal. Liebe das, was schicksalhaft ist am Leben. Das bedeutet, dass Sie sich dem Leben auch hingeben können. Sie müssen nicht, wenn gleich Meisterschaft zu erstreben, etwas Wichtiges ist, jederzeit Meister Ihres Schicksals sein. Und es wird Situationen geben, in denen Sie es nicht können. sehen Sie sich als ein Kontinuum von Fähigkeiten. Von der Meisterschaft zum Durchschnitt. Es gibt Bereiche von Ihnen, die exzellent sind. Es gibt andere Bereiche, die sind durchschnittlich. Alles ist lebenswert. Und es kann passieren, dass Sie in einem Feld geringer eigener Kompetenz getroffen werden. Nehmen Sie das, was Sie nicht kontrollieren können, hin. Amor fati. Liebe dein Schicksal. Geht noch weit darüber hinaus, das eigene Defizit zu akzeptieren. Amor fati bedeutet, dass Sie die Umstände, die niemals in Ihrer Macht standen, anerkennen. auch ohne einen Sinn dahinter verstehen zu müssen. Hingabe ans Leben ist nicht unmännlich. Sie ist menschlich.